Zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag hat nun Dr. Bruno Hohlnagel für die AfD-Fraktion das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Wer seine Interessen nicht deutlich formuliert und vertritt, wird zum Spiel bei fremder Interessen. So geschieht es mit der deutschen europäischen Währungspolitik. Wie sonst wäre es zu erklären, dass die verantwortliche deutsche Politik den Sirenen, Gesängen von Macron hinterherläuft. Macron folgt alleine seinen Interessen und den Interessen seines Landes. Frankreich steht finanzpolitisch mit dem Rücken an der Wand. Frankreich braucht Geld. Frankreich braucht den EWF. Das ist der wahre Grund dafür. Und was ist der EWF? Meine Damen und Herren, offiziell ist der EWF ein überstaatliches Rettungsinstrument. Tatsächlich ist es eine Art Bank. Eine Art Bank ohne Bankenaufsichtsbehörde und mit sehr vielen Befugnissen. Denn der EWF kann das Kapital erhöhen, kann die Kapitalabrufe beschließen von Staaten, zwingt also die Staaten zu zahlen. Der EWF kann die Stabilitätshilfen gewähren und deren Kreditrichtlinien festlegen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Der Gouverneursrat des EWF, bestehend aus den Finanzministern, beschließt etwas, für das die Staaten haften müssen. Meine Damen und Herren, wer Risiken übernimmt, der muss auch entsprechende Entscheidungsbefugnisse haben. Das besagt zumindest der gesunde Menschenverstand. Der EWF hebe den gesunden Menschenverstand aus. Wir lehnen den EWF auch dann ab, wenn er parlamentarische Kontrollen unterliegen sollte. Denn auch dann besteht der Tatbestand der Gemeinschaftshaftung. Die Bundesregierung hatte ja seinerzeit bei der Einführung des Euros sich zu der Nobel-Out-Klausel entschieden. Keine Mithaftung für andere Staaten. Im EWF wird genau das passieren. Wo bleibt eigentlich die klare Richtlinie der Politik? Sie ist verfallen. Wir wollen eigenverantwortliches Handeln in jeder Beziehung. Nur das nämlich bietet die Chance für eine nachhaltige Politik. Wir wollen die Haftungsketten sprengen. Weil sonst die Gefahr läuft, dass wir an den Haftungsketten in den Abgrund gezogen werden. Denken Sie dran, was Haftung bedeuten kann. Bei der HSH Nordbank werden wir es ja erleben. Da hat man gesagt, das sind ja nur Haftungen. Und diese nur Haftungen führen nun dazu, dass Hamburger und schließlich heutzutage Steuerzahler die Kleinigkeit von 15 Milliarden Euro berappen müssen. Meine Damen und Herren, bei einem EWF können solche Haftungen auf mehrere hundert Milliarden sich beziehen. Und das ist unbedingt zu vermeiden. Wir wollen nicht, dass deutsche Steuerzahler für das politische Unvermögen anderer Staaten oder beim unternehmlichen Scheitern von Banken bezahlen müssen. Durch den EWF droht genau diese Gefahr. Der EWF sieht nicht nur die Rettung von Staaten, sondern auch die Rettung von Banken vor. Dies entspricht nicht dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft. Er entspricht nicht dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit. Wir wollen die Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft erhalten wissen. Wie sagte schon Ludwig Erhard, nach welchen objektiven Kriterien soll bestimmt werden, wem staatliche Unterstützung zuteil wird, wem sie vorenthalten wird und von wem sie zu bezahlen ist. Es gibt diese objektiven Kriterien nicht. Der EWF ist mit einem sozialen Marktwirtschaftsbezug vollkommen gescheitert. Deswegen lehnen wir ihn ab. Und meine Damen und Herren, ich möchte doch mal von meinem Redeprotokoll abweichen und doch hier etwas sagen, was die Kollegin Frau Steffen angedeutet hat. Arbeitslosenversicherung. Was heißt denn das? Bei der Arbeitslosenversicherung zahlt doch jeder Arbeitnehmer in eine gemeinsame Kasse ein. Hört sich toll an. Und wenn jemand arbeitslos wird, dann kriegt der Arbeitslose aus dieser gemeinsamen Kasse Geld. Hört sich toll an. Was bedeutet denn das? Das bedeutet doch, dass, wenn ein Staat eine verfehlte Wirtschaftspolitik betreibt, die zur Arbeitslosigkeit führt, dass der deutsche Arbeitnehmer für diese verfehlte Wirtschaftspolitik, die er gar nicht beeinflussen kann, bezahlen soll. Meine Damen und Herren, das ist nicht Solidarität, sondern das ist die Subventionierung von Unvermögen oder Unkenntnis. Und das muss verhindert werden. Meine Damen und Herren, die Politik, die wir erleben, gefährdet die finanzielle Zukunft unseres Landes. Wir müssen dagegen antreten. Dankeschön. Applaus 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 Applaus